wir starten wieder mit einem 3er team wieder grog und gibt und das ist klappt haben wir in der letzten folge gesehen ich bin gespannt wir haben wieder praktisch das gleiche team bloß mit anderen spielern diesmal also die gleichen helden sagen mal so ich brauche das hier glaube ich so mal gucken ob wir dieses mal die map auch packen die ist meine andere tore in folge das war bestimmt spaßig das sollte für unruhe sorgen eine falle ist eine falle ist eine falle so ich bin ready mal gucken dann ich mach dir auch gleich mit seiner eismore ist natürlich sehr praktisch eine falle ist auch Das Schatz ist geraten! Das Schatz ist geraten! So, die ersten drei Wellen gehen ja immer noch. Ich glaube, hier nachkommt es sogar schon... Obwohl, jetzt könnte ein Held schon kommen, ne? Ich glaube, in der dritten war das schon. Bitte Nahkämpfer, bitte Nahkämpfer! Toll! Und was versteckt er sich jetzt? Woher du hier als letzte Nacht? Ich vermute, sie haben mich gesehen! Ja! 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 aus also jetzt kommt sie auch hier leicht wieder Entlang Supergeil Ähm Ich glaube ich mache hier lieber dicht Geht momentan nicht Komm ich würde noch gern die Barrikade setzen Anders hätte ich scheiß drauf Der Gegner hat ein Kriegsmoder geöffnet Ja Clevere Kanzlerbenung Die können hier viel zu viel ab Die Barrikade sind unter Attacken Okay Ein bisschen schwierig Eine Falle ist eine Falle ist eine Falle Ich hoffe die kommt da nicht mehr durch Was ist das immer für ein Geräusch Sie haben unsere Barrikaden zerstört Ich komme zu dir Helga So jetzt spare ich mal ein bisschen Kohle Für die anderen Lanes Die werden sicherlich Na dann soll ich doch nach dieser kommen Aber я Gunn Bincane Jaguar Bincane Tief Bincane Tief Das war's für heute! Die Gegner hat ein Kriegslager geöffnet. Das schaffe ich gerade nicht. Das sollte für Unruhe sorgen. Sie haben unser Tor zerstört. Super geil. Was sollte für Unruhe sorgen. Super geil. 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 Und ich dachte, da kommen nur ein paar kleine. Shit. Das sollte für Unruhe sorgen. Das sollte für Unruhe sorgen. Das sollte für Unruhe sorgen. Nein! Haben wir gewonnen oder verloren? Hallo? Ja! Cool! So, dann bin ich jetzt die auch nochmal wieder mit einem Sieg. Ich bedanke mich. Bis dann! Ich bedanke mich. Vielen Dank.